9-1-1, was möchten Sie melden? Ich, äh, mein Freund und ich wurden entführt. Wie lautet Ihr Name? Bobby, Bobby Green. Gut, Bobby, sie ist die Person, die Euch mitgenommen hat, noch da und kann sie nicht hören. Er ist weg, aber mein Freund steckt noch fest. Sie müssen sich beeilen, bitte. Können Sie mir beschreiben, wo Ihr seid? Das ist ein Haus. Hier gibt es viele Bäume und Wiesen und eine Bohranlage vor der Tür. Bleib am Telefon. Hilfe ist schon unterwegs. Wir wissen gleich, wo Ihr seid. Bleib einfach da. Bobby, verstehe ich nicht? Bobby, bitte stopp da. Bobby, verstehe ich! Bitte, nicht! Versteck dich! Nein! 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 Freunde auf ewig!